Das sieht gut aus! Und jetzt die Schoß! Der Tor geht gleich gut aus hier! Grün Tor, das wird interessant hier! Mietek! Frage kommt weit! Der Ball geht an die Latte! Der Ball ist dritten! Das Tor hat er richtig gut gemacht! Sieht man hier auch noch mal in der Wiederholung! Den macht er mit dem Kopf! Und wie sehr gutes Dolmings in dieser Szene! Und dann trifft er die Kugel richtig gut! Legt sich den Ball hin! Gleich kommt die Ecke rein! So! Jetzt vielleicht! Ein fantastischer Treffer! Er geht flach rein! Da war der Torhüter! Nicht schnell genug unten! Klasse Aufbauspiel! Und das Tor dann fast folgerichtig! Oder Fahrtsam! Schussversuch! Phänomenal! Ohne Worte! Schade! Da war er noch dran! Konnte aber das Tor nicht verhindern! Schönes Zuspiel! Jetzt wird's gefährlich! Und jetzt die Chance! Spiel abgemacht! Er schießt sie heute fast im Alleingang ab! Tor Nummer 3! Tor Nummer 3! Das wird die Chance werden! Den Spiegel! Zehnter! Tor! Tor! Was wäre denn dann schon was leicht für ihn das dran zu machen? Jetzt vielleicht! Das ist der Treffer! Das ist der Treffer! Und jetzt setzen sie noch ein und auf! Die einzige gute Nachricht für den Gegner bleibt nur geschlossen! Die Chance wird ... Ganzes Condition! Das ist der Treffer! Herr Dörficft ist sehr Buenos verdade. Seit verabschiedet ich ho частоvedPad.